So, okay, äh... Zumindest wenn du im Load hier, also wenn du im Load hast, wie du jetzt... Nur unter Werkzeug ist es wahrscheinlich drin oder Waffen. Nägel. So. Ich kann Nägel machen. Nice. Okay, ich mach Nägel. Mein Haufen. Jo. Sehr nice. Und wir haben... Haben wir noch ordentlich Lehm drin? Hast du es da in die Schmelzung einfach reingemacht, den Lehm, oder? Ich hab die 1000 Lehm reingemacht und für jeden Brocken Lehm krieg ich, glaub ich, 5 oder so. Ich weiß gar nicht. Weil wir haben 2400, steht dran, aber ich hab hier irgendwie kein Lehm. Ja, findest du da drin? Du musst an die Kiste hier gehen, da ist noch ein Lehm drin. Ah, okay, cool. Jo, alles mit der Ruhe. Äh, ich mach jetzt erstmal unsere Kisten. Hehehe. Voll viele Nägel, voll cool. Ich brauch auf jeden Fall noch 5... Ja, eigentlich schon, da hast du recht. Und wenn man das Lagerfeuer an der Wand macht, dann verbrennt man sich nicht so leicht. So, okay, ich hab Nägel gemacht, was brauch ich denn jetzt dafür zum, zum Basteln von den Dingern? Äh, was? Gebäude, und dann dritte... Ah, hier, Gebäudeaufbewahrung. Dann machen wir davon eine. Dann machen wir... Oh, hoppala. Ne Couch, können wir uns machen, yay. Hier sind übrigens noch 455 Leben drin, gell, zum Einschränzen. Okay, ja, aber ich kümmere mich grad hier um Gesundheit und so Kisten. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Munition und Nahrung. So, das sieht gut aus. Die restlichen Nägel, die hau ich dann wieder rein. Ich glaub, die kann man theoretisch sogar wieder einschmelzen, kann das sein? Waffen, Sprengstoff. Wo ist der Barstieg? Das weiß ich nicht. Ein altes Bett. Ich glaub, das war's. Okay. Ähm, wo baue ich die hin? Unten oder oben? Wo hättet ihr die lieber? Was? Was denn? Diese Blöcke mit den, äh, mit den Rohstoffen. Ich hab da welche gebaut, da wird angezeigt, was das ist. Echt? Ja, hier, schau. Äh, Sprengstoff, Waffen, Nahrung, Gesundheit und Munition. Ja, und wo machst du die denn hin? Ja, das frage ich ja gerade, wo soll ich sie hinmachen? Ja, halt über die Kisten. Hier, hier bei den Kisten quasi. Okay, dann machen wir's hier voll, okay. Dann müssen wir halt wieder ein bisschen aufräumen, weil das Wett vielleicht nicht schlecht. Du musst halt sagen, da muss man alles umräumen. Ja, voll. Das siehst du ja dann am Bild. Boah, Angus-Tür voll geil. Sprengstoff. Schau mal, das ist jemand beim Scheißen. Nichts nicht. Guck mal. Ja, das sieht schön aus. Supplies, man hat einfach alles in eine Reihe. Das kommt doch aufs gleiche hinaus. Ist doch egal. Also ich hab's nicht mehr. Das ist doch nur für eine Kiste. So. Ja, hier ist ja alles dran. Sprengstoff. Äh, Essen. Ach, da kann man jetzt was rein tun. Ja, das ist zum Reinmachen, damit man halt sieht, was was ist. Und nicht alles suchen muss. Und hier ist Munition im Keller. Das hab ich einfach wieder aufgefüllt in den Boden rein. Irgendwo noch Holz? Ja, Holz müssen wir, glaub ich, fahren gehen. Ich brauche noch fünf Holz, weil... Ich mach das Trinken auch in die Essenskiste mit rein, gell? Ähm. Uh, Heidelbeeren. Äh, wie zu Situationen, alles tun, gesperrt. Was? Nee, also zwei sind echt gesperrt. Aber ansonsten sind alle anderen auch. Also, ich muss auch mal kurz... Oh, warte, das ist Gesundheit, das ist falsch. Wenn du uns essen... Ich dachte schon, da brennt jemand. Kocht da jemand was, oder? Nee, da hat man einfach nur... Wieder mal das Feuer angelassen. Oh, katastrophal. Unser gutes Holz. So, Gesundheit. Was kann man denn bei Gesundheit reinmachen? Oh, ich hab noch ne... Ich hab hier noch... Ich würde auch, äh, euch einen kleinen Tipp geben, und zwar immer, wenn ihr rausgeht, nehmt euch so ne Schiene mit. Ne Schiene? Und gebrochen ist bei... Ja, okay. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Manchmal... Sind diese Zombies ganz schön arschlochmäßig drauf. Ja, oh, das stimmt allerdings. So, was haben wir hier? Komm, was soll's. Was machst du? Ich hab die... Menschliche Scheiße in der Nahrungsaufbewahrung mit rein gemacht. Einfach nur als Gag. So, hier mal noch einen Kaffee. Das verrottete Fleisch, das braucht man doch eigentlich nicht aufheben. Das hat doch eigentlich keinen Wert. Komm, geh mal raus da. Na, ich bin grad beschäftigt. So. So. Und danach kann man da eigentlich echt gut ein bisschen aufräumen hier drin. Was haben wir denn hier noch? Äh, Werkzeug. Überall Werkzeug. Ja, das sind... Die Truhen müsst ihr noch entsichern, Leute, gell? Oder kann ich das nur machen? Nee. Nee, nee, das sind zwei neue. Die waren noch grad gar nicht da, neben dem Schlafsack. Weil wenn du hier guckst... Ja, aber wo kommt dann zum Beispiel sowas wie Eisen und so rein? Eisen hab ich oben neben dem Schmelzofen gemacht. Das find ich ganz passend. Okay. Ich hab... Da haben wir eine Waffenkiste. So, was die Messing und so halt dann auch. Ja. Die Waffenaufbewahrung, naja. Mit dem Eisenrohr auch. Ja, das seh ich auch so. Das ist sowas wie Räucherwerk. Mjam, 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 mjam. Das gehört so. Was haben wir hier? Äh, Munition. Das schau ich mal nach, aber ich glaub hier... Jetzt haben wir so viele Kisten da, wenn wir da umgeräumt haben. Äh, hier haben wir noch einmal Kaffee. Hier haben wir noch einmal das. Äh, brauchen wir nicht. Brauchen wir das vielleicht noch. Hier. Gebäude. Haben wir auch noch ein Fenster. Was ist dat denn? Kleber. Erde. Zerbrochenes Glas. Ne, was haben wir das? Ein Schrotflintenlauf. Mach mal das auf, bitte. Äh, ja, was denn? Die Waffen. Oh, okay, Entschuldigung. Okay, jetzt sind Zombies hier. Ja. Nein, nein. Hier, äh, cool, warst du nicht da. Hier schon mal an, schon mal was ich gebastelt hab. Die werden angezeigt quasi, was das welche sind. Alter, warum sind da so viele? Ähm, 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 da kommen gerade ein ganzer Haufen. Da kommt eine Horde auf unser Haus zu gerannt von hinten. Alter, voll durch das... Durch das scheiß, äh, Maisfeld. Ja, voll. Oh, shit, Hunde. Ja, hat sich aber ausgerundert. Alter, das waren halt fünf Stück, wie bei Tag 7 oder sowas. Fünf? Echt nur? Nee, warte mal. Mehr? Da sind ja drin noch welche. Ich... Hey, ich mach als nächstes, geh ich Holz farmen und mach die Spikes stärker, okay? Dann müsst ihr ohne mich loslaufen. Äh, ich geh... Ihr könnt loslaufen, also zwei laufen los. Einer farmt Holz und einer... Also ich mach dann wahrscheinlich die Mine, nehm ich an. Ja, äh, somit wir haben die Jeton schon gefunden, aber ich dachte eigentlich, die sind nur zum Einschmelzen oder so gut. Alter, wie die halt gerade angegriffen haben, Mann. Das war hier nicht mal... Hier haben wir unsere lila, unsere lila Einkaufs-Korb. Okay, Supplies, Munition, äh, haben wir hier auch noch da. Wollte ich nur was zu trinken. Ja, guck doch mal in der Essenskiste nach, in der neuen. So, was haben wir hier noch? Honig. Soll ich Honig bei, äh, Gesundheit reinmachen oder bei Essen? Hm, noch mal Kaffee. Ah, ne, eher bei Gesundheit, das ist eher was Gesundheitliches. Ja, gell? So. Dann hab ich hier noch bei Nahrung, mach ich mal noch ein bisschen Wasser rein. Ist... Ist da jetzt gut da draußen? Was ist denn da los? Alter Schwede. Ja, voll Kronkorken, ne? Also, fuck. Da ist die Wespe. Und das ist eine Wespe, die schieße ich vom Himmel, das Mistviech, die gibt Honig. Wo ist sie? Da hinten. Auf der anderen Seite vielleicht. Ja, ich zähle sie. Ach, ich hab grad'n falsch fliegen sehen. Noch ein. Ist man das auch daneben? Ah, hast du erwischt! Nice! Die musst du halt eigentlich looten gehen, weil die gibt Honig. Vorsicht, nicht runterfallen, ja? Ja, hab's grad gemerkt. Na, ich gelooten. Jo, mach mich auf den Weg mit meinem Knochenmesser. Seid vorsichtig. Ich pass mal ein bisschen von oben auf dich auf. Vielleicht nämlich lieber die Schroppflinte. Ja, das wäre, glaub ich, besser. Ich esse ein paar Meiskolben nebenher. Aus Angst. So, der nächstens habe ich hier kein Dings mehr. Hast du die Wespe? Hier müsste ich runtergekommen sein. Hier müsste ich irgendwo runtergekommen sein, gell? Ich dachte, irgendwo hier, nee, nee, ein bisschen weiter unten im Gras, dachte ich. Ja, voll übelst klein. Sind wir noch am Ordnen? Kannst du auch mal die Zombies looten, wenn sie nicht schon verwesen sind? Da sind ja ziemlich viele. Da sind ziemlich viele gekommen. Die sind schon schon verwesen. Ja, okay, dann normalerweise kommst du ja klar. Ja, zum Glück habe ich so viele Kaffeebohnen gefunden. Kann ich eigentlich mit der Feuerwehr-Axt effektiver Holz fahren? Ich würde schon fast sagen, oder? Ja. Ja, voll. Okay. Ich glaub jetzt draußen. Jetzt muss ich nur... Äh, ich glaub, Crafton hat der Entferntnis gesagt, ist besser wie eine neue, äh, äh, wie eine alte zu reparieren. Glaub ich. Ja, außer sie wäre jetzt halt wirklich ziemlich hoch. Ja, nee, ist er nicht. Das ist ja nicht. Nun, ich würde mal gerne... Ich check da noch gar nicht. Zombies. Was finden. Achso, nee, ich hab grad auf meine Spitzhacke geguckt. Und ich hab da grad selber geschaut. Bei mir lohnt sich's nicht. Aber ich find das, äh, gar nicht hier zum Bauen, ehrlich gesagt. Geschossspitze. Achso, muss ich dir... Oh, da war ein Nurse-Arbeit, ist gut. Ich renne hier draußen immer noch rum. Jo, macht das. Glasgub, Amboss. Ich find das nicht. Das ganze Zeug, Leute. Zement. Weil Gebäude vielleicht. Ich weiß nicht, wo da... Äh, wo da die Axt und so ist. Wenn ich da nämlich auf, äh, Munition... Ja, das ist schon so Werkzeuge. Äh, und Werkzeuge. Und da kannst du weiterschalten. Da siehst du noch eins und dann kannst du die zwei Pfeile da daneben... Ja, bei mir gibt's nur einen Reiter zwei, aber ich hab da nirgendwo... ...ne Axt oder sowas drin. Ja, aber da muss ich da sonst irgendwas mitgeben. Also geschmiedetes Eisen hab ich. Aber muss ich das erst herstellen, damit das angezeigt wird? Äh, nö, eigentlich. Ich kann jetzt hier... Geh ich auf, ähm... Werkzeuge und Fallen. Da, bei mir ist sogar auf Zeit der einen schon Eisenspitzacke... Ach, warte, das muss ich wahrscheinlich einfach nur so herstellen. Ich war im Schmiederofen die ganze Zeit. Ne, das musst du so einfach herstellen. Ach so, ja, ja, ich depp. Ich weiß, es ist auch nicht. Ich weiß nicht, wirklich nicht. Hier haben wir's. Es steht an der Feuer-Axt. Oh shit, ist eigentlich schon wieder Tag? Ja, so gut wie. Und ich wollte eigentlich nur eine Rauchen gehen. Ab wann ist Tag? Ich weiß nicht. Ab sechs, glaub ich. Shit, dann bin ich von denen. Brauch ich fünf davon. Auf der Farm sind übrigens wieder vier oder fünf Zombies. Null. Der Plan hat sich ein bisschen geändert. Das kamen ungefähr sieben Millionen Zombies in der Nacht. Und haben unsere Spikes zerstört. Und wir haben kein Feuer mehr. Der Infernus möchte ein Dings machen. Äh, eine Mine. Ich will Feuer, äh, Holz farmen und ein bisschen die Spikes verstärken. Ich kann ja mit Basti da reingehen. Und du kannst mit dem Basti ins Dings gehen, ja. Hast du's gesehen, äh, dass wir hier die neuen Boxen drin haben? So. Okay. So. Ich hau mir mal kurz ein paar Maiskolben rein. Und mach mal in die Nahrungskiste meine restlichen rein und sammel auch welche. Boah. Also, neun Kaffee, wie geil. Oh, natürlich.